so willkommen heute zu einer review für den blackberry 9 360 vor kurzem hatten wir ihn auch schon bereits in einer review vorgestellt auf mcberry heute möchte ich euch ein weiteres silikon case vorstellen von der firma decoder decoder ganz frisch auf diese produktserie herausgebracht für das kleine einsteiger smartphone so von der verpackung her sieht das ganze so aus was ganz anders finde ich persönlich hier ist das silikon case ja vielleicht flexibel der rockseite ein bisschen ein wenig transparent finde ich eigentlich ganz schön wie seht ihr wie flexibel es ist so das legen wir jetzt einfach rein und ihr seht schon sitzt es direkt dran so hier habe ich jetzt einmal das ganze für euch ran gesucht also alle kamera blitz entsprechend frei zugänglich usb port auch hier unten die stellen sind nicht komplett abgedeckt sitzt auch sehr enge dran tasten sind auch gut zu bedienen also wirklich sehr schönes case wirkt das gerät auch immer noch schön schlank drin sehr zu empfehlen mal was anderes transparenter hintergrund genobbt gummiert rutschfest schlank und leicht super case gefällt mir sehr gut die quote